gehen wir erst mal eben auf den Heiler der heilt sich voll geht so lebe 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 geht so oh mein Gott von unten kommt einer von unten kommt einer von unten kommt einer von unten kommt einer und ich bin noch lange nicht so weit ich bin noch lange nicht so weit Tempelwächter oh mein Gott oh mein Gott Winterfaust Level 18 Level 18 los macht ihn tot macht ihn tot er kommt ins Bild okay er haut wieder ab lasst euch Zeit oh mein Gott oh mein Gott oh mein Gott oh mein Gott das setze ich wo setze ich es hin da setze ich es hin was wollt ihr nein 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 oh Gott oh Gott geht den jetzt hier ab Duhn Hahn nein geht so nein 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 Duhn Hahn du sollst eine heilende Aura machen sehr gut die Militär sie sind überall schließt die Reihen es wird an allen Fronten gekämpft wir werden Stand teilen wir werden Stand teilen wir werden Stand teilen die sind aber ganz schön stark oder schließt die Reihen schließt die Reihen das ist dein Hinterhalt so was wollt ihr ihr baut mir einen Stein mit Huch da kommen schon die Nächsten das ist wieder mal ein Gedankenzerstörer Blondie vor zu Befehl verstanden Ball hat alles drauf was ihr habt kommt der ist tot bevor er überhaupt was machen kann los nein es trifft gerade meinen Hexer das ist lustig so ich hoffe mal dass das hier nur ein ja dass der hier nur so ein bisschen auf Macho macht und nur hin und her geht das Gebäude ist fertig da kann ich nämlich tatsächlich mal überlegen ob ich die ganzen Leute da hinschicke was wollt ihr Kinderspiel schon unterwegs so der Stein 1 ist fertig wird gemacht gibt es Arbeit äh 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 schmelze die brauchen wir gleich erst wisst ihr was ich hoffe dass man diese ganzen Windows Fehlermeldungen dieses du 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 im fertigen Video hört sonst haltet ihr mich auch echt für bekloppt oder oder tut ihr das tut ihr das ein schon weiß ich nicht weiß ich nicht guckt in die Hände Männer irgendwie kann das schön hin passt da genau rein sitzt wie angegossen das Gebäude ist fertig was wollt ihr und los Kinderspiel was steht an schon unterwegs ja ist ja ich wollte grad sagen es wird ruhig aber da kommt ein Tempel weg was steht an ach Windows du Verräter das Gebäude ist fertig stellst dich auf die Seite meiner Feinde belästigst mich lasst uns anfangen gehst du in Gefahr so da haben wir die Schmelze wo soll die denn hin Kinder spielen das ist ja nochmal so fett ich will die eigentlich hier so hin machen ja ne er krieg ich sie nicht ja solange der mich gleich nicht angreift ist das eigentlich in Ordnung aber mir nach lasst uns anfangen das wird knapp das wird knapp ihr wird gemacht so als nächstes ach er greift mich nicht an was für ein Glück Knochenwürger ah die Basis ist mir scheinbar am nächsten abgesehen von der hier die mir aber aktuell noch nicht auf die Pelle rückt das Gebäude ist fertig ich muss da aber hin ich muss da hin auch dringend das Mondsilber so sehr gut die Schmelze ist fertig das heißt von hier kriegen wir auf jeden Fall schon mal 6000 Eisen Kinderspiel ihr seid irgendwie die Kleinigkeit wir haben hier überall Wasser in unterschiedlichen Formen um uns herum ihr wünscht so wie wärs mit einer kleinen Schweinezucht wie wärs mit einem krisch ans Berg was steht an no no you cure nö nö ni nö nö Nöhungslager wird gemacht Wo setze ich dich hin, Nahrungslager? Ich setze dich... Ich habe die Hoffnung, dass ich hier eventuell noch eine Schweinezucht hinkriege. Es kommt so dahin. Also, Nahrungslager, setzen wir dich ungefähr so hin. Das Gras für dein Amsterwerk. Gibt es Arbeit? Schon so gut wie erledigt. Ihr will nicht... Es wird Nacht und das passt mir gar nicht. Moment, es ist schon lange Nacht. Aber irgendwie sehe ich hier gerade weniger. Wer hat das Licht ausgemacht? Ach, für den brauche ich schon Mondsilver. Na super. Das Gebäude ist fertig. Ja, wir kommen hier leider ohne Mondsilverbeginn überhaupt nicht weit. Schweinezucht. Das will ich von dir. Was wird ein Meisterwerk? Was wollt ihr? Zur Ehre Aronius! Stirb! Zu euren Diensten. Sofort! Ach, da kommt direkt einer hinterher und der schießt auch noch. Sie sind überall! Und los! Das Gebäude ist fertig. Oh, Mann. Versucht's nur! Und dann... Boah, dann hat er auch noch Loot. Ich glaub's nicht. Ich latsche jetzt aber nicht hin. Ich geh da später sowieso hin. Ihr wünscht? Noch eine Schweinezucht wäre nicht schlecht. Wie wär's? Können wir die quetschen da hin? Ja! Sie passt. Eine meiner leichtesten Übungen. Was steht an? Die Elfensoldatin hat mich offensichtlich entdeckt. Traut sich aber nicht, den Abhang runter zu rodeln. Ja. Mit Wintersport kennt ihr euch nicht so gut aus, scheinbar. Das Gebäude ist fertig. Hätte man jetzt so ein Wokne, dann würde man da einfach mal runter sliden. Aber so wird das nichts. Ich höre. Was wollt ihr? Moment, kann ich nichts Produktives machen, außer ein paar Schweinezucken bauen. Was steht unterwegs? Ja. Der Knochenmörder hier macht mir ganz besonders Angst. Denn er ist doch recht hochstufig. Bauen wir mal ein paar Wachmänner. So als erster Vorhut. Ach komm. Ich bin gerade immer überlegen, ob ich meine Wachmänner hier vorne stehen lasse, oder ob ich die Helden nehme. Und sie hier stehen lasse. Ach, ich vertraue meinen Wachmännern eigentlich nicht, aber ich stelle sie trotzdem ein. Auf geht's. Meine Axt wartet schon endlich wieder kämpfen. Ich würde Dunhan gerne hier stehen lassen, aber ich weiß einfach, dass ich ihn bei meinen Truppen brauche. Bei meiner Heldengruppe ansonsten wird das ein jedes Ende nehmen. So. Wie wäre es mit Schmerz? Oh Gott. So viele wollte ich nicht ziehen. Ja, die kriege ich tot. Lass sie niedergehen in einem Hauch aus Scheiße. Ja, das bereust du wirklich. Oh mein Gott. Blondie kriegt jetzt volle Kanne ab gerade. Oh nein. Was habe ich getan? 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 Hürde, die Skelettwache zieht euch zurück. Ah. Okay, sie hauen ab. Sie hauen ab. Haut ab. Sie hauen nicht ab. Ich brauche so schnell, es geht meine verdammten Wachmänner. Oh Gott, ist das böse, ist das böse, ist das böse. So, da haben wir den Knochenmörder. Sie sind überall.